Okay. Wie heißt du und was machst du eigentlich bei Jugendmusiziert? Ich heiße Bernd Redmann und ich mache eigentlich gar nichts bei Jugendmusiziert. Ich bin aber der Präsident der Lübecker Musikhochschule, wo die Wettbewerbe zum Teil stattfinden. Hast du schon mal selbst bei Jugendmusiziert mitgemacht? Ja, das ist schon ganz lange her. Das war so in den 70er Jahren, als ich so 12, 13, 14 war. Da habe ich Klavier gespielt und ich habe auch manchmal andere begleitet. Später dann so mit 16, 17. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Bei mir ist aber eigentlich so, dass ich später Komponist geworden bin. Und damals gab es noch keinen Kompositionswettbewerb. Das wäre für mich das Richtige gewesen. Aber konnte ich nicht teilnehmen, weil der erst, glaube ich, in den 80er Jahren gekommen ist, später. An welches Erlebnis bei Jugendmusiziert denkst du heute noch? Also da denke ich daran, dass ich Klavier gespielt habe in Passau. Und ich weiß noch, was ich gespielt habe. Eine Mozart-Sonate, einen langsamen Satz. Der geht, glaube ich, so los. Und so nach der ersten Seite hatte ich eine Umblätterin. Die ist dann aufgestanden und hat ganz vorsichtig umgeblättert und hat sich wieder hingesetzt. Hat plötzlich einen riesen Rumpf getan. Und dann ist die Bühne hinten runtergefallen. Und da war ein schwarzer Vorhang, da hat sie sich festgehalten, den hat sie auch noch runtergezogen. Der ist dann auch noch runtergefallen. Und alle haben einen riesen Schreck gekriegt. Und ich habe dann aufgehört und habe dann geguckt. Und sie kam dann wieder hoch. Und glücklicherweise ist ihr nichts passiert. Und dann konnten wir auch weitermachen. Aber es war ein ganz schöner Schreck damals, das weiß ich noch. Was ist das Besondere an Jugendmusikern, deiner Meinung nach? Dass da Kinder und dann auch Jugendliche jeden Alters teilnehmen können, die Interesse an Musik haben. Sich einfach mal zeigen können. Und ich finde es toll, dass die sich alle vorbereiten und wissen, ich habe da was. Ich habe da so einen Wettbewerb, da spiele ich dann vor. Und das ist so ein Termin, den man im Terminkalender hat. Und da übt man auch drauf hin und ist ein bisschen aufgeregt. Und wenn es das nicht gäbe, dann wäre das ganz schön langweilig, immer so vor sich hin zu üben. Und nicht mal so eine Möglichkeit zu haben. Und das ist eine große Motivation für alle, denke ich. Und welche Fähigkeiten braucht man, um bei dir an der Hochschule zu studieren? Also auf jeden Fall muss man begeistert sein von Musik. Also das ist die wichtigste Voraussetzung. Also es ist noch wichtiger, als in jedem Fach gut zu sein. Aber man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was ist Musik eigentlich? Und auch so den Theorie-Hintergrund, Gehörbildung. Also nicht nur das Instrument gut spielen und gut singen, also was man so praktisch macht, sondern auch die Theorie, das ist auch wichtig. Weil man dann einfach mehr von Musik versteht. Und dann kann man auch Musik besser spielen und hat auch mehr Freude dran. Würdest du deinen eigenen Kindern Musik studieren lassen? Jederzeit, wenn sie das wollen. Das finde ich sehr schön. Ich habe einen Sohn, der hat jetzt nicht Musik studiert. Ich hätte mich gefreut, wenn er es gemacht hätte. Aber ich habe mich auch gefreut, dass er jetzt was ganz anderes macht, was ihm einfach Spaß macht. Und ich glaube, es ist bei Eltern immer so, dass sie den Kindern das ermöglichen sollten, was für die Kinder das Beste ist. Und gibt es etwas, was noch schöner ist als Musik? Also für mich nicht. Musik ist für mich das Schönste. Danke für das Interview. Danke, dass du das gemacht hast, Kalle. War sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke, dass du das gemacht hast.